so ein wunderschönen guten morgen und herzlich willkommen zum heutigen webinar live trading zur bürseneröffnung am morgen mit dem stereo trader und natürlich mit der kelger der gerade irgendwelche geräusche macht hier im hintergrund mein name ist nelson kadorzeneto und ja ich heiße im namen von fx herzlich willkommen bevor ich direkt an den dirk den bildschirm übergebe natürlich wie immer sie wissen ja den risiko hinweis dieses webinar dient nur zu schulungszwecken und sie müssen ihre eigene entscheidung treffen alles was heute gezeigt wird bitte nicht als empfehlung beziehungsweise handelsempfehlung verstehen ja das war es eigentlich auch schon das wichtigste hoffentlich bringt der markt uns ein paar möglichkeiten heute beziehungsweise dem dirk und deswegen schalte ich auch direkt mal rüber wünsche viel erfolg und viel spaß ja möglichkeiten gibt es immer die richtung ist nur halt nie so klar die möglichkeiten sich dann halt bewegen so guten morgen hier auch von meiner seite aus köln so heute mal wieder zur dax live eröffnung nelson du warst ja sehr kurz gefasst normalerweise bin ich immer darauf vorbereitet dass du mindestens fünf minuten ansprache hält was jetzt muss ich ja ja so das kommt immer so ein roman risikohinweis hatten wir das alles schon ich glaube ich bin noch nicht richtig wach habe das gar nicht mitbekommen oder so ein halbschlaf vermutlich der ton ist gut oder bin ich irgendwie verzerrt also ein ton ich meine ton ist soweit gut und nur zwischendurch kommen so störgeräusche ich weiß jetzt nicht ob es am mikro liegt oder vermutlich oder du weißt in dem brötchen wie der lux da nein das habe ich schon hinter mir es kann sein dass es hier so ein bisschen rum komisch rumhängt ich versuche es mal wenn es irgendwie dauernd knackt rauscht oder sonst was dann einfach was sagen so den dax wollen wir uns ja schnappen wie immer und ich habe aber parallel sieben ziehen mich auch den daumen auge weil der hat gestern so ein bisschen komisch tief geschlossen wobei das jetzt halt nicht unbedingt sich auf den dax auswirken muss zumal der dax er halt auch im gegensatz zum dau ja halt irgendwie was die abwärtsbewegung hat das wahrheit bisschen schneller unterwegs gewesen ist der dauerze eigentlich erst hinterher gekommen und vielleicht geht es auch diesmal dann genau umgekehrt aber nichtsdestotrotz darf man halt nie vergessen dass eines der dax das andere ist der dau und hat nicht unbedingt beides was miteinander zu tun dann mal hier mal kurz zur situation die wir haben ich zeige mal hier kurz erstmal den stunden chart das ist ja auch in etwa das was ich ja halt auch im blog drin habe da hier halt auch immer der ein oder andere dabei ist der dann fragt wo findet man den blog ich zeige das mal ganz kurz da ist das ganze ja also einfach unter der klüger.de beziehungsweise über die facebook gruppe und dort steht dann auch immer so drin so die grunde einschätzung beziehungsweise die marken von denen ich der meinung bin die werden halt relevant und ist also hier überschaubar heute das ist schon mal grundsätzlich gut weil kompliziert wird es immer nur wenn da halt die linien immer mehr werden und das ist aber hier insgesamt sehr überschaubares feld und wir haben halt hier seit jetzt ein paar tagen ja schon die 11 561 die habe ich glaube ich am mittwoch oder so schon genannt und das ist auch irgendwie so der zentrum des geschehens wo er sich hat immer wieder hin begibt und sieht man auch im tageschart dort habe ich sie jetzt nicht markiert aber man sieht trotzdem gut dass halt hier einiges beziehungsweise kann es ja hier mal machen dass man es da halt auch mal sieht dass die farbe ist jetzt mal egal 11.500 und keine ahnung es war ein kurzer schluck auf hier an der stelle also 11.561 hoffen dass das jetzt nicht gleich noch mal passiert keine ahnung was das jetzt hier war weil ich habe den ja auch an zwei stellen hier auf und auf der anderen seite funktioniert dann nämlich also beziehungsweise über einen anderen login sowas auf jeden fall hier die 11.561 komm ich mache sie doch mal orange damit es auch die gleiche farbe hat wie in den anderen bildern da sieht man recht deutlich dass die schlusskurse die ja hier doch einigermaßen genau mit dem future auch übereinstimmen beziehungsweise mit dem umgerechneten future und dann sieht man schon recht deutlich ja dass das hat hier immer mit dem schlusskurs dann auch letzten endes verbunden war wie gesagt ich habe es halt hier schon genannt dass wir hier runtergekommen sind dass die halt als nächstes meines erachtens wichtig wird und wenn das ding nicht hält dass wir dann auf 11 2 2 1 laufen aber es hält hat die ganze zeit schließt die ganze zeit drüber und in folge dessen gibt es jetzt auch langsam mal langsam aber sicher auch keinen grund mehr warum der jetzt in diesem anlauf noch darunter laufen sollte und deswegen glaube ich halt schon dass wir dann eher noch mal einen angriff nach oben kriegen und irgendwann wird er auch mal ein paar punkte weitergehen also jetzt die ganzen letzten tage eben gelaufen ist so das heißt das ist halt natürlich zentraler dreh- und angelpunkt da will ich aber eigentlich nicht noch mal unbedingt hin wenn aber tatsächlich noch mal dahin läuft ist es noch okay weil was man hier hat sieht ist wir haben halt einfach hier gestern dass die tageskerze von gestern das wäre dann halt nur noch mal in der nähe von der eröffnung von gestern also von der 8 uhr eröffnung jetzt nicht unbedingt von der kasse eröffnung wer also in folge dessen schon noch okay ja und das heißt also wenn es runter geht sollte man damit schon rechnen und ich denke mal das matcht auch hier wiederum vermute ich mal jetzt ohne es genau überprüft zu haben gut jetzt mit dem value area low jetzt nicht unbedingt aber wir haben halt hier noch einen pivot punkt der passt da wiederum auch damit zusammen und hier in der mitte von der strecke den point of control der wiederum halt hier mit einer abwärtswelle mit einer korrekturwelle nach unten hier wiederum zusammen fällt so das wären halt so die wesentlichen punkte also wie gesagt wird man jetzt sehen müssen ob es direkt um 9 uhr in angriff nach oben gibt und oder ob es tatsächlich doch noch mal irgendwie runter plätschert also wenn es runter plätschert dann muss man auch oder beziehungsweise muss ich halt auch aufpassen und gucken ob ich da überhaupt dann in den markt reinkomme oder ob es da nicht sinnvoll ist erst mal abzuwarten wo er sich dann halt irgendwo dann wiederum in den rückweg dann halt anfängt anzubahnen und aber das werden wir halt gleich wissen um 9 uhr und was dann halt entsprechend passiert oberhalb also hier ist halt auch noch im stunden chart das ist die 11 561 gleich wie unten im tageschart habe ich ja auch gerade gezeigt und hier oben haben wir das letzte hoch und das aber auch genau schon so lange wie die 11 561 bei mir im bild drin ist kam nämlich glaube ich auch am am gleichen tag alles mit rein und man sieht hat hier auch also wir hatten hat hier im ersten anlauf so bis einmal drüber geschlossen dann direkt wieder runter gebrochen noch mal versucht und noch mal runter also man sieht die nicht so genau oder man sah sie nicht so genau bisher die 11 667 außer jetzt halt hier wobei das natürlich overnight ist und aber nichtsdestotrotz oder ist doch oben als hier ja gehe ich mal ganz stark von aus genau wobei nichtsdestotrotz hatte ich schon relevanz und wenn halt mal gleich sehen wir dann damit entsprechend dann auch umgeht nächste ziele wenn dann hier oberhalb und das ist hier die habe ich im blog jetzt nicht drin die habe ich jetzt vorhin dazu gebaut weil wenn er nach oben gehen sollte wird er meines erachtens nicht die ganze strecke gleich bis hier oben hin machen bis zur 773 oder eben zur 8000 11.840 11.840 kommt auch aus einer größeren betrachtung war in der vergangenheit oft schon relevant und hat auch hier jetzt mehrfach volumen halt erzeugt also sieht man jetzt hier natürlich nicht aber kann man überprüfen da ist halt jedes mal relativ viel passiert und wurde hier ordentlich durchgedrückt auch und von daher wäre das das nächste größere anlauflevel dass hier eine zwischenstation wobei die hier rein markt technisch einfach wiederum relevant sind wenn man hier im stunden chart hat guckt dann haben wir hier in der abwärtsbewegung gesehen unten einmal hingelaufen von dort noch mal versucht ein paar stunden zu korrigieren hier kein neues hoch das heißt hier im kleinen time frame würde man das besser sehen und aber im stunden chart trotzdem mal genau hinguckt erkennt man das ja dass wir jetzt einfach noch mal eine kleine gegenbewegung dann auch nach oben hatten die nicht funktioniert hat und das wäre natürlich jetzt erstmal rein markt technisch das erste was halt rauszunehmen wäre deswegen gibt es da oben auch zwei rote linien und das wäre für meine begriffe wenn er jetzt hier drüber geht über die 667 dann auch die erste anlaufstelle die aber auch eigentlich problemlos zu schaffen ist in einer bewegung nur hat eben das ganze da oben hin da glaube ich noch nicht dran und deswegen gibt es hier jetzt erst mal dazu passend so ein paar zwischenstationen so aber wie gesagt da hilft jetzt alles nächste wenn wir abwarten müssen wie sich das darstellt und das passt natürlich auch dazu um hier das value profile bzw volumen profil auch da mal mit einzubeziehen wenn er das macht muss er sich natürlich etablieren über dem value area high von gestern das heißt über dem punkt wo 70 prozent des umsatzes gestern stattgefunden haben etablieren heißt er muss natürlich hier oben drüber schließen muss dann dort bleiben und dann haben wir auch die chance dass wir hier eine trendbewegung nach oben bekommen aber wie gesagt jetzt im ersten anlauf ich weiß es nicht ich habe es ja beim letzten mal gesagt wir können auch gerne mal versuchen irgendwie um punkt 9 uhr da halt irgendwie einfach mal per stop rein zu gehen es muss aber dazu passen das ist halt so ein bisschen das problem das heißt ich tue mir hier so ein bisschen schwer jetzt an der stelle weil wir hier halt einfach so mittendrin sind wir sind an der oberkante von gestern ja aber eben halt auch nicht drüber und es wäre was anderes also vielleicht machte das ja noch glaube ich aber jetzt nicht wirklich in den nächsten drei minuten wenn er hier oben drüber schließt dann würde ich hier tatsächlich mal versuchen dann als beispiel per stop da halt auch direkt mit zu gehen und kann man ja ganz eng absichern kann auch hier sagen so noch was wir sich nach fünf punkten als beispiel ja dann direkt irgendwie erstmal absichern ich bin zwar kein großer freund davon irgendwie direkt abzusichern aber bei direkten ausbrüchen wenn man die so handelt glaube ich kann man das schon so machen und weil entweder läuft dann oder läuft halt nicht und aber wie gesagt wichtig wäre dafür dass er entsprechend hier oben über dem value area high dann schließt von mir aus auch auf den letzten drücker um 9 uhr und dann kann man das ruhig mal in der form versuchen was hier unten jetzt auch mal noch drin habe weil das die letzten tage auch öfters ein thema war das ist halt das atrx das addon was mir einfach nochmal überblick darüber gibt wie jetzt gerade die volatilität ist jetzt hier zum beispiel im m5 das jetzt natürlich jetzt erstmal nicht so relevant was letzte nacht passiert ist und aber wir werden jetzt natürlich hier gleich eine entwicklung sehen von dem was jetzt in der ersten stunde passiert und können darauf dann auch wiederum stop loss und so weiter bisschen genauer dann halt eben einstellen nur mal kurz zur erklärung für die die das halt nicht kennen das ist letzten endes die atr die hier bemessen wird also die average true range nichts anderes als die volatilität in dem jeweiligen time frame also wie gesagt hier der m5 in dem ich da gerade unterwegs bin das heißt eine durchschnittliche kerze m5 ist jetzt im moment 8,3 8 punkte lang gemessen an die letzten 14 kerzen hier kann man aber und das so ein bisschen die besonderheit dabei man kann aber hier noch einen durchschnitt auf die atr selber setzen so dass man da halt noch mal eine gewisse glättung drin hat das ist hier diese rote linie sieht man es wahrscheinlich nicht so gut aber ich kann das hier auch nicht wirklich summen und das heißt das ist halt der durchschnitt der letzten 200 gemessenen average true ranges und da sieht man halt immer so ein bisschen ob man da gerade jetzt eher mit geringer oder mit hoher volatilität unterwegs ist und hier jetzt natürlich 8 uhr ist natürlich nicht so viel aber wenn der jetzt halt hier drüber wird und dann wird das hier unten blau und dann weiß ich halt okay ich bin in dem bereich der halt von der volatilität auf jeden fall tragbar ist so jetzt mache ich aber mal schnell die order hier weg weil die liegt da erstmal nicht gut besser liegt dann tatsächlich hier oben die die ich vorhin schon mal platziert habe das wäre nämlich dann eben knapp über dem hoch von gestern dann auch und damit auch beziehungsweise nicht von gestern im moment das sollte ich mir vielleicht auch mal einblenden vortages hoch und tief hier ist das vortages hoch die grüne und da ist auch genau die value area das value area high und jetzt aber gleich einfach mal immer schnell aktualisieren hier oben ist der r2 so runter hätte jetzt funktioniert mit dem beispiel aber kommt auch nicht wirklich weit so wie es aussieht aber fünf minuten sollten wir jetzt vielleicht mal abwarten außer er läuft jetzt sofort nach oben dann würde ich hier oben erstmal shorten weil das wäre dann ein bisschen zu schnell über die über den bereich von gestern aber drückt sich jetzt hier erstmal runter was man jetzt halt hier auch sieht also wenn jemand irgendwie diese indikationen beziehungsweise halt die werte die ich hier habe nicht kennt weil er jetzt hier vielleicht zum ersten mal dabei ist ruhig gerne fragen aber ich habe das halt schon recht oft erklärt also was ich halt hier einsetze ist eben das das value profile und das heißt das ist das volumen profil aus dem future gemappt hier auf cfd also umgerechnet und das ist halt hier bei der eröffnung immer im Einsatz weil ich finde dass es halt auch einfach sinn macht wenn man so einfach den besseren überblick darüber hat wo er jetzt halt eigentlich tatsächlich hin will also wir haben jetzt hier zum beispiel auch noch ein gap und ein gap close ist aber erstmal nicht unbedingt bullisch von daher würde ich da jetzt nicht long gehen und sondern da erstmal abwarten und hier unten das wäre wesentlich sinniger wenn wir jetzt halt hier eine direkte bewegung durchkriegen hier unten halt der vortages point of control das heißt hier hat gestern der meiste Umsatz stattgefunden und wenn jetzt hier wirklich in einer bewegung runter kommt wäre das dann natürlich eher schon mal so ein punkt hier haben wir den future schlusskurs ist ja auch entsprechend angezeigt das heißt wir einmal hier durch alles durch und reicht dann auch wenn hier zum beispiel halt jetzt long sind um die halt entsprechend halt auch erstmal so ein bisschen zu überlaufen und vielleicht kommt da auch der eine oder andere stopp gleich schon hier wenn die eng gesetzt sind die von den kurzfrist händlern im future bereich sodass wir da halt möglicherweise auch hier eine schnelle bewegung nach unten bekommen könnten das heißt ich würde jetzt hier mal für den impuls direkt mal versuchen da unten long zu gehen mit einer limit pullback wie immer und muss aber schnell gehen also wenn jetzt hier runter gekrabbelt kommt dann muss man da eher ein bisschen vorsichtig sein aber was heißt vorsichtig sein ich habe natürlich so oder so ich habe jetzt hier erstmal ein stop loss von sieben punkten drin der passt auch in etwa hier zur ATR jetzt erstmal und wenn er durchgeht und dann geht er halt durch dann kann ich es nicht ändern das zum thema vorsichtig ich meine man kann zugucken so viel wie man will und letzten endes muss man ja irgendwo seinen stopp halt hinsetzen und das hier wäre halt eine schöne übertreibung einfach also wenn das jetzt hier in einem stück so gehen würde und sollte zumindest mal reichen für ein paar punkte wenn er es dann macht und ich hoffe jetzt dass der hier nicht hält der Kasserschluss sondern dass da erstmal ein bisschen drunter geht und was man hier auch einfach sieht ist das hatte ich ja vorhin schon gezeigt also hier haben wir einfach in der bewegung von gestern hier wäre nochmal ein tief kann natürlich auch sein dass er hier unten hingeht ja also kurz vor das das vor den Peak hier den er gestern auch gemacht hat gestern Abend ist natürlich auch möglich muss jetzt aber nicht sein weil Umsatz wird höchstwahrscheinlich schon hier wieder entstehen und kann man halt einfach auch dahingehend erklären weil halt hier halt einfach gestern das meiste gedreht war und wenn jetzt halt hier größere Positionen aufgebaut werden und dann ja doch tendenziell eher an der Stelle wo der Handel auch gestern unterwegs war und in Folge dessen macht es natürlich Sinn diesen Punkt ein bisschen genauer im Auge zu behalten zumal er hier eben matcht als Übertreibung mit dem Future Close dem S2 den ich auch ganz gerne handele hier das ist der Support 2 aus dem Stundenpivo plus eben halt hier die Kassamarke aber wie man schon sieht ja also hier direkt long zu gehen hätte jetzt nichts gebracht und zumindest nicht mit einem kleinen Stop Loss das ist auch finde ich so ein bisschen zu offensichtlich so Gap Closen dann hoch und hier sind wir zumindest dann mal ein paar Punkte drüber rund 20 Punkte aber heißt jetzt auch nicht dass das macht wobei das halt jetzt hier vom Bewegungsablauf schon denkbar wäre dass wir hier nochmal einen kleinen Nachimpuls kriegen und dann ein bisschen Gegenwehr aber wie gesagt bitte nicht nachmachen kann genauso gut ebenfalls in die Hose gehen und dann muss man halt da mal gucken wie es dann halt gleich weiter geht so sieben Sekunden hat diese Kerze noch mal gucken was er jetzt damit macht so das wäre jetzt halt auch typisch rein von der Price Action kurzer Nachimpuls mit einem tieferen Tief der dann nochmal bitte auch nicht allzu weit laufen sollte wenn es nach mir geht hier ist die Frage welche Einstellung für die Limit Pullback Order du hast ein Punkt das ist einfach nur mit einem Punkt jetzt hier erstmal gemacht so der S2 der scheint so ein bisschen seinen Dienst zu tun aber trotzdem ich traue dem Braten hier noch nichts jetzt hier mal kurz gewechselt auf den 1 Minuten Chart und gehe wieder zurück auf die 5 und die hier natürlich nicht aus dem Auge verlieren weil bei dem Stunden Chart ist natürlich wenn es so früh an ist muss man halt auch immer ein bisschen ja muss man sich halt so ein bisschen ausrechnen was könnte das denn wären oder wie könnte diese Stundenkerze denn enden damit nachher das Bild hier plausibel aussieht und ich denke mal die Möglichkeiten sind da halt eigentlich relativ klar also das heißt entweder tatsächlich hier unten durch ja und dann hier nochmal auf die 560 oder bremst halt eben hier kurz vorher das muss er natürlich dann halt irgendwo spätestens um kurz nach halb 10 machen und wir kriegen eine lange Kerze nach oben raus also ich denke viel mehr Möglichkeiten wird es hier nicht geben und in Folge dessen kann es auch gut sein dass wir jetzt halt hier ordentlich nochmal ein bisschen Volatilität bekommen und weil es einfach die einzigen Punkte sind die halt wirklich relevant sind kann natürlich jetzt auch sein dass es bis 11 Uhr irgendwie hinzieht das wäre natürlich ein bisschen schade aber möglich ist es und das heißt das sind zwei Etappen aber ich glaube eigentlich schon eher dass das eine längere Stundenkerze wird weil wir hier so mittendrin auch starten so und jetzt gucken wir mal ob wir den hier kriegen vor allen Dingen ob wir da Reaktion bekommen was das RTR X Addon übrigens noch macht und ich erkläre es lieber gleich wenn der Trade hier durch ist sind jetzt hier knapp drüber so ein Stich durch und dann hoch das wäre eigentlich sehr sehr nett das ist nur gucken dass wir hier nicht jetzt irgendwie eine Ungenauigkeit haben in der Umrechnung ne es passt ja weil je kleiner der Timeframe umso genauer sind wir natürlich auch dran an hier dem was tatsächlich im Future dann halt passiert war aber noch nicht dran fehlt noch ein Punkt ein zwei Punkte hier die werde ich jetzt mal noch abwarten es kann natürlich genauso gut sein dass jetzt erstmal nach oben geht und dann doch wieder runter und dann wieder hoch das kann natürlich genauso gut sein deswegen und ich versuche natürlich schon die Punkte so genau wie möglich zu kriegen einfach auch um das Risiko natürlich zu begrenzen ich könnte es hier auch einfach auf Long drücken klar aber dann habe ich natürlich zehn Punkte mehr Risiko und die will ich natürlich hier vermeiden was wollte ich noch sagen ja genau das was das ATR eben auch noch macht das ATRX Addon zumindest jetzt auch seit der neuen Version das zeigt mir an und das dauert hier immer ein bisschen in der Berechnung bis das dargestellt wird man sieht hier so ein paar kleine Striche sind kaum wahrnehmbar und das zeigt mir an ja also wo jetzt halt hier wäre die ATR mit Faktor 1 die wäre hier halt beendet die haben wir jetzt schon überschritten das heißt hier hätte die 5 Minuten Kerze die jetzt laufende die durchschnittliche Länge erreicht und hier unten die zweifache Länge und ich habe das momentan aber erstmal auch nur zur Beobachtung und um einfach mal rauszufinden ob sich da halt auch so die der ein oder andere Algorithmus daran hält und das entsprechend halt Beachtung findet irgendwann kriegen wir die jetzt halt hier noch nach oben das heißt die obere Begrenzung sollte dann auch noch irgendwann kommen und ist natürlich dann vielleicht auch kein Fehler wenn man jetzt halt hier zum Beispiel eine Bewegung wenn sie denn jetzt käme nach unten jetzt ist er nämlich hier genau drauf ja wenn man das damit halt auch nochmal so ein bisschen verbinden kann und das heißt wenn jetzt zum Beispiel die Kerze hier runter kommt nochmal dahin dann habe ich hier exakt die zweifache ATR und die hätte ich wiederum dann halt im Match auch mit dem Point of Control jetzt sieht man es hier ist auch nach oben ausgebildet und nach unten die können sich jetzt nicht mehr verschieben zumindest nicht so lange der jetzt nicht nach oben läuft also wie gesagt das ist ein neues Feature und kann man sich ja selber auch mal angucken finde ich halt gar nicht so doof weil man halt ja hier irgendwie wenn man da reinguckt 11,6 muss man hier im Fadenkreuz ran und dann halt sehen was wo halt passiert und so sehe ich es halt direkt wo das Ganze dann eben liegt so aber jetzt läuft er mir hier leider so ein bisschen davon mal gucken wofür das jetzt gut ist wo war denn jetzt hier das Tief das ist von Overnight bei 606 kann natürlich jetzt sein ja dass jetzt hier halt einfach ein Punkt fehlt weil da halt irgendjemand übermotiviert war oder halt dass da halt einfach ein paar Orders halt schon höher saßen die dann halt einfach genug gegriffen haben aber trotzdem go here ist mir das hier noch nicht und es ist ja auch noch früh die Größen gerade mal 10 Minuten vergangen die erste 15 Minuten Kerze ist noch nicht mal fertig aber dann eben gleich mal gucken falls es so ist und jetzt hier weiterläuft dann habe ich ja eben Pech gehabt dann war die Idee gut und die Umsetzung doof passiert natürlich auch so aber hier wie gesagt bei der bei der Stundenkerze ja ich versuche mir immer vorzustellen was kann das halt werden und das kann natürlich schon so ein Ding werden das halt irgendwie dann nach oben rausragt und dann nachher halt ultra lang und weiß ist natürlich die andere Alternative ist halt ultra lang und schwarz und steht da unten und das ist natürlich jetzt an der Stelle nicht mehr so ganz einfach hier wäre es halt schön gewesen aber um einen Punkt verpasst naja so ist das halt manchmal hier wurde die Frage gestellt wird das Volumenprofil und POC standardmäßig im Stage wird angezeigt das Volumenprofil hier also das auf der linken Seite das Profil wird das kann man ein und ausschalten ja also einfach hier über VOP das heißt da kann ich das halt einblenden das ist aber halt im Gegensatz zum zum Value Profile auf Tickvolumen basiert und man sieht aber trotzdem halt es gibt schon ein bisschen Überblick drüber wo halt viel und wo wenig passiert ist und auch hier ein Point of Control der halt hier auch entsprechend matcht mit dem Point of Control der aus dem Future halt kommt so jetzt mal gucken wenn das hier eine Trendbewegung werden soll in der ersten Stunde dann sollte er jetzt hier von der Eröffnung wegbleiben und dann halt das nächste tief machen und das habe ich glaube das letzte Mal auch schon mal erwähnt kann man oft beobachten läuft dann irgendwie bis knapp davor und dann wieder runter und weil hier geht es natürlich klar innerhalb von der Stunde haben wir halt auch einen Trend und wenn ich mit denen es hier angucke ist der bis jetzt short ja also wir sind halt hier gestartet neues Tief noch kein neues hoch und das nächste wäre halt konsequenterweise neues Tief und was mich jetzt natürlich hier stutzig macht weil wir es eben hier um einen Punkt verpasst haben ich vertrete immer so ein bisschen die Wiese beim ersten Mal knapp davor heißt beim zweiten Mal durch und das wird natürlich auch hier extrem gut passen das heißt wenn hier jetzt kein neues hoch kommt wenn wir nicht über die Eröffnung rauskommen oder hier nur einen Fehlausbruch bekommen und dann runter dann würde ich da auch nicht mehr long gehen an der Stelle das ist dann nicht mehr wirklich gut weil wir dann natürlich halt hier einfach vom Zickzack dann hat hier einfach wirklich eine Bewegung nach unten bekommen und deswegen wäre es mir halt lieber gewesen halt wenn er das direkt im ersten Ansatz jetzt hier gemacht hätte so aber jetzt gehen wir hier erstmal hoch so dann gucken wir mal da oben die sitzt noch jetzt müssen wir noch mal gucken dass wir die halt auch einen Einklang noch mit irgendwas bekommen genau hier oben ist jetzt der der R2 wäre natürlich ein netter Übertreibungspunkt wäre nämlich einmal hier über die Hochs drüber an der Stelle oben der R2 im Stunden in der Betrachtung vom Stundenpivot und das könnte natürlich funktionieren zumal es dann halt eben auch ein Ausbruchsversuch wäre hier über das High aber das hier ist jetzt halt natürlich das was ich halt eben gerade meinte ja vielleicht einfach nur ein kleiner Fehlausbruch wobei das hier jetzt noch nicht viel ist und das hier sollte schon erreicht werden das ist Intraday Value Area High und direkt darüber natürlich auch nochmal das von gestern Bezüglich Stundenpivot wurde gefragt ob du nur S2 und R2 beachtest oder auch die anderen beim DAX tatsächlich nur die Zweier also ganz ganz selten also zumindest nach meiner Beobachtung sieht man das halt der R1 und R2 überhaupt gehandelt werden kommt schon mal vor aber da ist wirklich sind die R2 und S2 nach meiner Beobachtung wirklich relevanter und richten halt mehr aus ich meine die alleine hat auch nie ja man sollte halt schon gucken dass es irgendwo halt im Gleichklang eben auch ist mit mit der Bewegung als jetzt sei es nach Marktechnik oder was auch immer und dann hat man natürlich da auch entsprechend höhere Chancen und wogegen im Dow Jones ist es genau umgekehrt dort ist es der der 1er wo ich regelmäßig echt beobachte dass dort halt wirklich größere Reaktionen dann halt auch kommen und das halt einfach am 1er zum Beispiel in Aufwärtsbewegungen einfach Schluss ist sehr sehr oft und natürlich auch nicht an jeden das ist klar aber wenn es dann halt irgendwie irgendwo ordentlich reagiert und dann spielt der meistens eigentlich mit so hier stehen wir jetzt erstmal nur auf der Stelle nochmal an der Eröffnung das hier ist natürlich jetzt wirklich so ein bisschen Pech da kam auch gerade schon irgendwie ein Einwand die ich so ein bisschen ironisch verstehe wo jemand meint ein Punkt bei der Wohler ja gerade bei der Wohler ein Punkt und es geht ja darum natürlich ist es ärgerlich wenn man so einen Punkt jetzt hier nicht bekommt aber ich weiß ja halt dass es halt beziehungsweise es geht ja gar nicht mal um den einen Punkt und ein Point of Control ist auch kein Support oder auch kein Widerstand es ist nur eine Stelle im Chart an der viel gehandelt wurde und nach Wahrscheinlichkeit auch wieder viel gehandelt wird und deswegen finde ich es umso wichtiger dass der auch genau erreicht wird weil wenn nämlich hier an der Stelle Volumen aufkommen würde beziehungsweise wird was eigentlich immer der Fall ist weiß ich erstmal nicht in welche Richtung und wenn das nach unten drückt und ich habe hier meine Limit Pullback dann bin ich einfach auf der sicheren Seite und deswegen würde ich niemals auf die Idee kommen an der Stelle jetzt hier einen Punkt oben drüber einen Long aufzumachen würde ich niemals machen weil es halt zu oft so ist dann geht es ein bisschen hoch und knallt dann halt hier einfach durch und deswegen lieber so lieber genau drauf und auch wenn ich ihn jetzt hier auch mal verpasst habe das ist überhaupt nicht schlimm aber in den meisten Fällen passiert es eben genauso und dann weiß ich eben dass ich mit der Limit Pullback auf der sicheren Seite bin jetzt fragt irgendjemand hier nach Long habe ich das irgendwo richtig gesehen? ähm ne doch nicht ne stand da nicht gerade jetzt Long? Fragezeichen da habe ich das übersehen falsch gelesen das war dein Wunschdenken ja ja wahrscheinlich ja also es ist halt leider jetzt so ein bisschen Beobachtungsmarkt ich kann jetzt hier einfach nichts tun ich könnte jetzt halt sagen gut ich spekuliere drauf dass der jetzt hier nicht hoch geht ja kann ich machen ähm aber es ist jetzt irgendwie glaube ich nichts was was irgendwie wirklich sinnvoll ist ja weil wir haben halt hier jetzt wenn man es mal vom Zickzack betrachtet wir haben hier gestartet einen Tief gemacht dann hier kurz bestätigt dann hier nochmal runter ähm und er versucht ja jetzt oben raus zu kommen warum soll ich mich jetzt da dagegen stellen und für Long ist es auf der anderen Seite halt ähm ist mir das Risiko hier halt einfach zu hoch deswegen ich lasse ihn jetzt hier erstmal machen und setze dann eher eine Nummer höher an nämlich hier oben ja und vor allen Dingen also man muss halt auch immer gucken die hier würde ich auch nicht mal unbedingt blind stehen lassen es kommt drauf an wie der jetzt da hochkommt macht der das jetzt hier wirklich in einem Rutsch ohne dass wir hier einen Backtest oder irgendwas haben und dann direkt da im Ausbruch ähm da macht es wiederum Sinn aber wenn es halt hier so ein bisschen rumschiebt und dann nochmal aufsetzt und dann nochmal hoch und nochmal und dann würde ich da halt eher auch die Finger wieder davon lassen weil wir dann halt schon zu viele Korrekturen ähm hier halt hätten aber erstmal ist die hier in sicherer Entfernung und wenn jetzt ein Impuls kommen sollte und wenn der schnell geht und dann ähm dann geht der deswegen schnell weil auch hier sicherlich wieder ein paar Stops dann halt fliegen und wenn Stops fliegen kommt meistens erstmal nichts mehr hinterher sondern äh dann geht es mal kurz drüber es bleibt dann kurz stehen und geht dann erstmal wieder auf ein normales Niveau bevor dann halt ein Ausbruch tatsächlich dann halt stattfindet und das ist auch so ein bisschen der Grund warum es dann meistens in in zwei Wellen dann halt eben dann auch läuft so was also sieht man auch hier hätte überhaupt keinen Sinn gemacht jetzt hier zu spekulieren jetzt haben wir auch hier am R1 die ähm die Reaktion an der Stelle ja aber auch minimal und ich baue eher tatsächlich mal hier oben drauf das ist jetzt sogar ein Stück weit drüber hier oben haben wir nochmal ein Pivot das heißt das könnte natürlich jetzt auch wiederum eine Anlaufstelle sein die muss er aber nicht im ersten Rutsch machen das heißt kann genauso gut sein oder eben was heißt kann so sein ich meine es sind ja immer letzten Endes nur ähm Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten ähm kann jetzt halt sein dass ihr hier hinläuft und dann halt hier den Backtest macht ihr sollt ihn nicht zu früh machen hier wenn das jetzt hier wieder runter geht und dann hoch dann bin ich da halt habe ich ja auch gerade schon gesagt eher vorsichtig wenn er jetzt aber hier mehr oder weniger in einem Rutsch durchgeht und dann hat das Ding auch Chancen auf Erfolg das macht eigentlich der DAU so nebenbei hier eine Beobachtung und der hängt wieder an seiner Lieblingsmarke an 25.318 steht da jetzt auch schon ein paar Tage rum da hat der DAX ja tatsächlich schon ein paar Punkte mehr nach oben geschafft so und das jetzt hier nur eine Korrekturkerze ist und dann sollte die auch entsprechend im nächsten Schritt hoch gehen das heißt die hier oben bleibt ja jetzt wäre es halt denkbar dass wir jetzt einmal da oben rauslaufen und dann wären wir nämlich hier auch nicht auf Anfang zurück ja das ist ganz witzig halt hier mit dem ich weiß gar nicht ob man das erkennen kann aber hier hat man es ja auch gerade gesehen einmal hier das angetestet das ist natürlich ultra enge Skyping aber einmal kurz hier auf den Punkt und dann wieder zwei Punkte hoch gucken bis es jetzt hier nochmal genauso kommt also hier im M1 den Backtest hier an der Stelle haben wir schon im Value Area High Intraday jetzt kommt der von gestern also genau das was ich jetzt eigentlich nicht sehen wollte aber gut ist kein Wunschkonzert steht immer noch in der Ausbruchskerze hier im Minutenchart man könnte jetzt hier natürlich mal versuchen hier oben drüber wirklich long zu gehen also über diese 1 Minuten Kerze wäre dann wirklich so der Punkt hier und müsste aber dann hier auch wirklich schon in einem Rutsch machen es hat hier so ein bisschen gedauert weil es ist keine Stereo Trader Order sondern ist jetzt direkt beim Broker gelandet und deswegen gab es jetzt gerade kurz eine Verzögerung das ist also eine echte Stop Order und einfach dahingehend bei natürlich wenn hier wirklich ein schneller Ausbruch kommen sollte habe ich dann natürlich auch eine geringere Slippage dann an der Stelle weil bei Stop Orders hat man ja meistens Slippage ist ja normal also gerade dann vor allen Dingen wenn die Marktbewegungen halt schnell sind weil das ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Market Order die dann an der Stelle eröffnet wird so was man jetzt hier aber ganz gut sieht mal gucken ob das halten kann und oh schöne Farbe gleich mal ändern hier ja man kann es noch erkennen schließt hier die ganzen Minuten Kerzen immer hier in diesem Außenstab so mal gucken wenn der jetzt aber nochmal bricht dann wäre das Thema durch ansonsten wenn er hier direkt nochmal drin schließt dann würde ich den tatsächlich hier versuchen hat er jetzt aber nicht mehr allzu viel Zeit er muss jetzt natürlich nochmal die Minute dann auch entsprechend oberhalb vom Value Area High von gestern schließen und dann kann das Ganze funktionieren muss aber dann ganz schnell gehen jetzt einmal drunter ist natürlich schon mal nicht gut trotzdem stehen wir hier aber noch über dem Intraday Value Area High also ich versuche den jetzt mal ich weiß nicht ob es eine gute Idee ist ganz ehrlich aber wir werden es rausfinden war das dann noch okay auch wenn wir jetzt hier erstmal drunter geschlossen haben aber wir schweben dann halt hier über dem Intraday Value Area High und gehen dann im zweiten Anlauf hier über das von gestern raus wenn er es denn macht aber wenn dann auf jeden Fall in der Kerze ansonsten muss die weg ich habe das Gefühl ich komme heute irgendwie nicht in den Markt hier rein aber es ist halt auch von der Bewegung wir stehen halt schon wieder jetzt an der Eröffnung und das kann natürlich jetzt genauso gut schon der Fehlausbruch gewesen sein also was man natürlich aber halt sieht und das ist eigentlich auch wiederum weswegen ich sage das war halt auch richtig dann hier unten die Einschätzung es reagiert ja extrem genau hier an der Stelle ja ich meine das ist ja wirklich unübersehbar wir haben halt hier echt die den Außenstaben M1 genau oberhalb wir haben hier nochmal eine Reaktion exakt genau an der Stelle dann nach unten hier hatten wir eine Reaktion exakt und wenn das funktioniert warum sollen das dann da unten nicht funktionieren und das ist das was mich auch gerade so ein bisschen stutzig macht hier an dem ganzen Ablauf hier weswegen ich dem Braten hier überhaupt gar nicht traue heute jetzt haben wir 27 die erste halbe Stunde ist jetzt gleich mal um dann warten wir die einfach mal ab ich kann es nicht erzwingen ich kann es nicht erzwingen das letzte Mal war schön ne da haben wir irgendwie da waren in die Zeit glaube ich schon irgendwie weiß ich gar nicht wie viele Punkte schon drin aber dann können wir vielleicht ein zwei Fragen noch dazwischen schieben der Lutz fragt nochmal wo dein Shot liegt der konnte die Marke nicht sehen achso das war oben am R2 R2 vom Stundenchart das ist 11.675 dann wurde noch gefragt bitte sag einfach wenn es sich dann stört dann ich habe nur gemeckert okay gibt es für den Chart ein Template mit den Einstellungen für die Indikatoren also wahrscheinlich gemeint ob es zu deinem Chart eine Vorlage gibt achso nö nicht wirklich also sondern ich gucke halt eben auch was brauche ich denn halt eben auch gerade und das ist ja schnell drin also die Sachen sind ja ruckzuck reingezogen und das jetzt bei mir einfach nur vom Aufbau hier für die Eröffnung einfach Standard Setup ja also hier vor allen Dingen halt das Value Profile und den hier habe ich jetzt nur mal mit reingetan weil der halt in den letzten Tagen so oft ein Thema war und einfach um die Volatilität jetzt besser einschätzen zu können aber das mache ich also ich benutze aber auch sonst eigentlich großartig nichts ich habe jetzt keinen RSI oder MACD oder irgendwas in der Richtung so jetzt stehen wir hier wieder drin oh man ey so wie sieht denn die 30 Minuten Kerze aus ja nicht anders als die Stundenkerze würde ich mal behaupten also einmal drunter und nochmal drüber nochmal drüber nochmal drüber ich setze mal hier eine hin mal gucken ob man die jetzt noch abholt aber jetzt wieder zuerst hoch geht nochmal neues hoch machen dann abholt dann kann man sich eigentlich auch schon wieder vergessen so dann lieber jetzt irgendwie doch dann gleich ich mache das hier mal nicht ganz so eng so 30 Minuten sind um mal gucken ob es jetzt schafft ist auch wie immer Limit Pullback mit einem Punkt falls jetzt irgendwie ein kurzer Spritzer nach unten kommen sollte ja eigentlich ganz nett auch hier unter das Tief aber bei meinem Glück hier heute bei Glück sollte man eigentlich nicht verwenden aber gehört das leider auch schon mal dazu wenn ich halt hier jedes Mal irgendwie nicht abgeholt werde ist natürlich ein bisschen doof aber jetzt hier zum Beispiel ich würde doch jetzt hier jetzt nicht ohne weiteres Long gehen weil das halt da ist so ein bisschen habe ich so ein bisschen das Problem damit dass man eben halt wenn man sich das mal anguckt ich gehe mal zum Beispiel auf 30 Minuten wie viele Kerzen sehen wir hier die keine Lunte haben keine oder keine und deswegen wenn ich jetzt hier Long gehe würde das bedeuten ich baue drauf dass wir eine Kerze bekommen die wir eigentlich nie haben ja und das hält mich hier davon ab jetzt direkt Long zu gehen deswegen glaube ich eher wenn denn nämlich jetzt hier auch Mini ist sie ja da ja also die Lunte hier man sieht sie kaum deswegen baue ich da jetzt auch nach wie vor eher drauf lieber dann nach oben halt erstmal dagegen zu halten und das wird dann nochmal eine Bewegung nach unten bekommen und das sind halt alles so Kleinigkeiten halt die ich jetzt aber auch nicht ganz unwichtig finde weil gerade so mit das sind so ganz profane Dinge ja so irgendwie jede Kerze oder fast jede Kerze hat nun mal ein Lunte und dort fast jede und das kann man schon auch entsprechend dann auch beherzigen so hier sehen wir es jetzt hier komme ich jetzt tatsächlich mal in den Markt rein mal gucken ob das jetzt auch was bringt wir haben jetzt hier eine kleine Gegenbewegung wir setzen hier so hoffe ich nochmal am Value Area High von gestern auf haben wir jetzt hier bei der ersten Minute kein neues hoch aber okay ich werde den jetzt trotzdem mal machen der kann natürlich hier unten theoretisch nochmal an die Eröffnung laufen denn muss jetzt nicht sein kann aber passieren dann würde er tatsächlich in die Hause gehen also ich brauche aber hier schon ein bisschen Motivation aber irgendwie kommt da halt nicht viel so wenn wir hier oben drüber gehen da würde ich den aber tatsächlich dann echt absichern wenn er das dann dann macht also absichern lassen ja und hier unten ist natürlich das ist jetzt so ein bisschen semi hier haben wir jetzt den Point of Control von heute das heißt hier war heute der größte Umsatz würde mich nicht wundern wenn ich jetzt genau hier ausgestoppt würde aber wir können ja mal hier so ein paar Sachen mal ganz schnell ändern so ich stelle das mal auf wieder ein und dann würde ich das Ding nämlich eher skalieren ja das heißt ich würde mich hier zur Hälfte ausstoppen lassen ziehe den Stop-Loss dann dafür hier mal ein Stück runter so dass ich dann halt hier auch nur noch mit dem Teil von der Position drin bin habe ich jetzt hier wieder irgendwie Ausführungsstress da unten reingucken da unten reingucken alles gut so macht hier aber kein neues hoch das heißt ich sicher den jetzt ich habe hier bisschen Probleme mit der Ausführung Nelsen ok inwiefern ja der Stop wird irgendwie gerade nicht angenommen wo der halt eigentlich schon längst hier sitzen müsste ich gucke mal hier gerade parallel 651 also er ist gesetzt kommt aber hier irgendwie nicht zurück da ist natürlich ein bisschen aber jetzt ist er da natürlich viel zu spät so ok ja das habe ich jetzt das was ich vorhin gesagt habe wenn ich hier drüber geht würde ich den hier erstmal absichern das ist jetzt passiert das heißt der Trade liegt jetzt erstmal ein paar Punkte vorne also hier 10 Punkte ungefähr jetzt nicht mehr weil da muss er dann schon jetzt auch mit Speed drüber weil jetzt hier oben nochmal abprallen macht halt wenig Sinn ja also das muss dann natürlich auch irgendwann laufen wenn da was bei rauskommen soll das heißt also allzu viel Zeit gibt es hier einfach nicht mehr deswegen also ich bin eigentlich kein Freund davon von irgendwie absichern schnell wobei da einige also ich kenne halt auch den einen oder anderen halt extrem gute Ergebnisse mit erzielen klar man hat natürlich keinen Verlust hat aber auch eben nicht die die großen Runs das ist halt auch klar aber mir gefällt das hier unten nicht dass wir halt hier direkt an der Kassereröffnung den Point of Control haben das gefällt mir überhaupt nicht weil das wäre halt schon denkbar dass es da nochmal hinläuft und dann halt eben auch nochmal hoch hoch da passiert ja gar nichts hier Anubola das Xetra wieder ausgefallen oder was da los aber eigentlich ganz interessant hier mit dem jetzt gut ist jetzt schon wieder weg ging es ein bisschen zu schnell aber mit der ATR ja wie er sich da dran hält das ist schon also wie gesagt ich habe das mal zur Beobachtung hat man gerade wieder gesehen also hier oben wäre jetzt halt aber sieht so aus als würde der hier nicht halten aber warten wir es mal hier oben wäre halt die einfache ATR von der 1 Minuten Kerze durch und hier oben die zweifache ATR und man hat gerade irgendwie schön gesehen dass er da auch genau dran reagiert hat auch wenn wir jetzt hier keine Wohle haben oder vielleicht weil wir keine Wohle haben kann natürlich auch sein aber mal gucken bis jetzt ist nichts passiert noch ist das Ding drin und ich nehm den auch mal nicht mit sondern lass den jetzt wirklich mal da stehen und im Zweifelsfall gehen wir hier mit zwei Punkten plus raus was ja dann auch okay ist aber also Dirk wir haben jetzt mal alles überprüft wir haben keine Fehler im Moment ja es kann aber auch wirklich jetzt hier an meinem VPS liegen weil es war ja gerade vorhin schon dass der hier kurz ausgestiegen ist und das war eindeutig ein Verbindungsproblem von meinem VPS aber danke dass du geguckt hast ich wollte es jetzt nur eben auch ausschließen ja das ist natürlich ärgerlich so genau so jetzt erstmal raus an der Stelle jetzt hat es auch hier direkt reagiert also klar also es kann halt sein dass der jetzt hier trotzdem hoch läuft aber man sieht ja der Markt der kommt nicht so wirklich der muss natürlich weg der kommt nicht so wirklich aus dem Quark hier jetzt haben wir hier den Point of Control ist jetzt ein bisschen gerutscht aber von der Price Action typisch wäre tatsächlich halt wenn wir so eine Kerze halt haben also hier so ein keine Ahnung was das sein soll ja also von der Form ist es halt ein Hammer aber dass da erstmal halt die Eröffnung auch angetestet wird von der Kerze das heißt das sind wir dann einfach auch nochmal hier an der Stelle und und das dann dort halt nochmal eine Reaktion ist wie weit die dann läuft steht auf dem anderen Blatt natürlich das ist halt auch klar wenn wir hier mal dass man hier mal nur die Punkte halt sieht dann kann man glaube ich so ein bisschen mehr anfangen jetzt hier also hier mit einem kleinen Plus ausgestoppt weil er halt eben nicht weiter gelaufen ist aber ich finde die Chance war halt schon da und von daher fand ich die Entscheidung jetzt hier auch nicht falsch da jetzt erstmal raus zu gehen da sieht man ja halt auch ja geht halt hier nochmal ein Stück weiter da unten hier unten haben wir jetzt auch mal den VWOP das wäre natürlich auch eine nette Übertreibung wiederum hier von der Eröffnung aber der Markt eiert einfach rum hier ist die Frage woraus du deine R2 und S2 Werte für den DAX berechnen ist Exetra oder FDAX aus der Stundenkarte das heißt ergibt sich ja eh jede Stunde neu und in Folge dessen ist es halt ja auch an der Stelle egal es sei denn in Mainz jetzt halt woraus jetzt hier der R2 aus der aktuelle halt besteht und der besteht natürlich aus der aus der letzten Stunde das heißt das ist dann halt die die Stunde im Future hier das heißt das ist natürlich dann berechnet wir messen an der 8, 9 Uhr Kerze und jetzt nicht irgendwie an der gestrigen 17 Uhr bis 18 Uhr Kerze aus dem Xetra wobei bis 18 läuft die ja gar nicht ne das ist einfach immer nur die letzte Stunde so bis jetzt exorbitantes Ergebnis mit 1,36 Punkten aber ok aber zumindest mal nicht alles hier falsch eingeschätzt sondern eigentlich schon soweit ok also wir werden den Ausbruch da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher auch kriegen hier oben drüber ja das ist halt wirklich nur die Frage wann und wie weit der läuft aber dass da halt irgendwann mal ein paar aktiv werden und sagen so jetzt ist es soweit das ist schon ziemlich naheliegend einfach weil wir hier ja aus dem Gebilde hier im Daily da kamen keine neuen Tiefs und wenn keine neuen Tiefs kommen dann muss man es halt mal eine Runde weiter oben versuchen das heißt dann kommen irgendwann auch mal neue Hochs und das ist dann wie gesagt immer nur eine Frage des Timings und jetzt halt sagt ok ich habe einen Stop-Loss von 200 Punkten muss mich jetzt entscheiden dann wäre meine Entscheidung dann schon halt irgendwie für Long erstmal aber auch nicht ewig weit Wie lange hat deine Sell Limit Order oben Gültigkeit? also vom Setup her? fragt der Lutz bis 10 Uhr jetzt erstmal weil so lange ist ja der Punkt hier oben gültig bis dahin weiß ich halt auch was hier passiert ist also wenn wir hier im Stundenchart oberhalb schließen jetzt hier über der 8-Uhr-Kerze wenn jetzt ich bin hier 30 Minuten Entschuldigung aber wenn wir jetzt hier oberhalb schließen und dann macht das wahrscheinlich auch keinen Sinn mehr die hier oben zu lassen weil ich versuche halt auch immer so ein bisschen nach was heißt so ein bisschen also mein Handelsansatz ist ganz klar nach Triggern zu gehen das heißt ein Stundenschluss oberhalb oder unterhalb von einem Punkt heißt bei mir immer jetzt entweder eher Long oder eher Short und wenn ich einen Stundenschluss bekomme hier oberhalb von 667 was auch dann gleichzeitig ein Stundenschluss außerhalb der Value Area wäre ist ganz klar ein Long Signal und deswegen das heißt auch nicht dass man hier unbedingt dann direkt Long gehen muss der kann dann natürlich auch nochmal 2-3 Punkte reagieren oder auch 20-30 ist aber von der Tendenz dann erstmal als Long zu erwarten und da würde ich dann eher auch wiederum nach Long Ausschau halten statt jetzt dann halt oben irgendwo direkt dagegen zu halten aber heute muss das nichts heißen wie man sieht weil irgendwie läuft der Markt ein bisschen merkwürdig für meine Verhältnisse aber das hier jetzt haben wir es hier gerade nochmal gehabt das hat man jetzt gerade schön gesehen hier genau irgendwie an der Stelle das ist natürlich schon ganz interessant das mal zu beobachten also wenn man skypen will für irgendwie 1-2 Punkte scheint das tatsächlich irgendwie zu funktionieren hier unten wäre jetzt der Nächstes das wäre nochmal unter der Kassa aber mal gucken die kann natürlich noch ein Stück kommen also ich würde tatsächlich jetzt erstmal versuchen und das wäre jetzt halt hier mein nächster Ansatz hier am wie Bob nochmal versuchen Long rein zu kommen und was ja auch in Ordnung wäre vom Ablauf her selbst hier wäre es noch in Ordnung das ist das Value Area Low Intraday weil es halt hier eben auch über den Korrekturpunkt also hier dem kleinen Korrekturpunkt von eben halt ist wäre auch völlig in Ordnung aber was soll ich da anfangen mit den 5 Punkten 3 Punkten rauf und runter hier ist heute manchmal so dafür hat der Euro sich ein bisschen bewegt heute hat er den habe ich gar nicht auf dem Schirm also mache ich auch nicht also kam mir hier auch schon mal gerade so ein Einwand auf den Euro also ich bin was heißt ich bin der Meinung oder andersrum es gibt diese Meinung ja dass der DAX immer vom Euro beeinflusst ist und da das das ist immer temporär das ist mal so und das ist eben mal nicht so und das kann man in der Korrelation auch relativ leicht rausfinden ob das so ist und für meine Begriffe macht man sich damit nur verrückt und wenn man glaubt zu wissen wie der Euro läuft dann sollte man den Euro handeln und nicht aus der Überlegung heraus irgendwas für den DAX ableiten das wird nicht funktionieren und deswegen gucke ich mir das auch gar nicht an was da jetzt irgendwie gerade passiert eine Frage ist der gleichzeitige Verlauf des DAO für dich unwichtig im Hinblick auf den DAX wegen der Korrelation der beiden Indizes also um die Uhrzeit ist es eigentlich unwichtig ja also nachmittags natürlich nicht und wenn die Amerikaner in den Markt kommen aber um die Uhrzeit achte ich das nicht wirklich so jetzt kriegen wir hier Rock'n'Roll endlich passiert mal wenigstens was so hier oben jetzt einmal genau dran das ist gut und jetzt kannst du mich auch gerne hier oben abholen so 45 das heißt die 15 Minuten Kerze ist nochmal fertig schalte ich hier mal kurz um ok ja auf jeden Fall direkte Reaktion hier und dann auch gleichzeitig war jetzt auch hier das High hier an der Stelle und vielleicht kriegen wir jetzt den R2 vielleicht werde ich auch einfach hier jetzt nur überfahren aber es ist okay macht jetzt auf jeden Fall Sinn ja jetzt haben wir natürlich hier so ein paar Punkte jetzt haben wir einmal einen Ausbruchsversuch jetzt erstmal über diese Linie hier die aber auch gleichzeitig jetzt das das Value Area High Intraday ist noch dazu haben wir hier oben die ATR fertig von der 1-Minuten-Kerze könnte funktionieren und hier unten der Ausbruch der ist schon ordentlich lang und wir haben hier kein Stückchen ähm der Lunte das heißt wäre denkbar dass wir hier nochmal an das Anfangsniveau zurücklaufen und wenn es nach mir geht dann bitte genau ab da aber wir werden es rausfinden so jetzt erstmal drüber aber trotzdem sind die Bewegungen halt echt überschaubar hier das ist wirklich naja naja aber was man jetzt halt zum Beispiel schon schön sieht ist das was ich vorhin meinte hier mit der ähm hoppla hier nicht bleib mal schön hier ähm hier mit der Stundenkerze ne genau so dachte ich mir dass er eigentlich dass die halt auch so eine Form entsprechend bekommt deswegen ja auch die Long Orientierung die wir halt hier jetzt knapp verpasst haben an der Stelle braucht man immer so ein bisschen Vorstellungskraft was es denn dann werden könnte und ähm was natürlich auch kein Garant dafür ist dass das dann so wird aber das sind eben dann genau nachher auch diese Gebilde man sagt oh guck dir diese Kerze an und deswegen darf man eine Kerze eigentlich nie nach dem beurteilen also wie jetzt vorhin zum Beispiel die Stunde angefangen hat ja nur weil die da halt irgendwie hier tiefschwarz beziehungsweise tiefrot war die war halt nicht fertig ich nenne es halt immer Platzhalter für eine Kerze aber mehr ist es halt nicht und das darf man absolut nicht beurteilen sondern muss sich eher vorstellen wie sieht das Ding aus wenn es denn mal äh fertig ist so ich habe hier heute ganz äh offensichtlich irgendwie ähm so ein bisschen meinen Stress mit dem Markt der mich einfach nicht abholen will beziehungsweise außer dieses eine Mal vorhin was den einen Punkt da gebracht hat aber alles andere irgendwie hat er heute keine Lust auf mich man könnte jetzt natürlich was ich ja auch öfters halt mal auch mal beschreibe in der Gruppe zum Beispiel ja oder was auch einige aus der Gruppe auch genauso machen man könnte natürlich skalieren ja das heißt also ich setze mir überall Teilpositionen hin und skaliere mir den Trade halt zurecht das heißt nicht ein fixer Entry nicht ein fixer Stop Loss sondern baue mir halt die Position nach einer Tendenz zusammen das kann man natürlich auch machen das Problem ist immer nur oder was heißt immer nur das Problem hier ist eigentlich nur speziell dass ich ja versuchen möchte halt hier innerhalb von diesem Webinar natürlich halt auch nachher flat zu sein und wenn man anfängt Positionen zu skalieren aufzubauen dann ist man da halt eben auch gerne mal ein paar Stunden mit beschäftigt das ist eigentlich der einzige Grund warum ich das jetzt hier nicht mache also das würde halt zum Beispiel bedeuten dass man halt ähnlich wie es hier schon angefangen habe ich setze hier eine Long Order hin setze da eine Long Order hier noch eine hin und verteile mir dann halt meinen Entry ja und löse dann halt auch immer wieder in Teilen auf zum Beispiel und ist dann halt ein bisschen aufwendiger aber die Chance ist natürlich wesentlich höher dass man dann halt in den Markt reinkommt und vor allen Dingen auch dass man auch positiv abschließt wenn man dabei bleibt und das gewissenhaft macht und aber das ist jetzt nur mal am Rande beziehungsweise das ist der Grund warum ich das hier nicht machen möchte weil wir ja eigentlich halt auch normalerweise hier nach einer Stunde durch sind und das letzte Mal war es halt ja noch schneller dann war es halt irgendwie nur weniger als eine Stunde und waren irgendwie 42 Punkte oder sowas oder 48, ich weiß es gar nicht mehr genau und aber ist halt heute nicht aber das halt nur zur Erklärung warum ich das jetzt hier an der Stelle nicht in der Form mache aber was halt hier eben auch nochmal passiert ist genau das was ich vorhin halt beschrieben habe das heißt plausibel dass wir nochmal an den Anfang zurücklaufen von dem Ausbruch nur eben halt hier auch wieder leider Gottes verpasst man natürlich auch die hier direkt nehmen können aber okay ich versuche natürlich schon immer Übertreibungspunkte zu kriegen weil ich natürlich dann halt mein Risiko wesentlich geringer halten kann und die Positionsgröße dann halt auch entsprechend größer so und jetzt haben wir auch den Effekt den ich vorhin meinte wir haben eine Kerze ohne Lunte jetzt haben wir wenn das Ding hochgehen sollte dann auch eine Kerze mit Lunte eigentlich ganz simpel aber sowas wenn man das beachtet glaube ich bringt dann das schon ein bisschen weiter weil es einfach oft wirklich die profanen Dinge sind die man nicht beachtet also und eins davon ist eben Kerze ohne Haare oder Glatzkerze wie so mein Kollege Gabor auch gerne immer nennt aber es ist halt wirklich so und selbst wenn es jetzt zum Beispiel was man dann umgekehrt genauso oft sieht ist wenn dann halt wenn die 15 Minuten Kerze jetzt weiter gezogen wäre ja und dann kann man eigentlich drauf wetten früher oder später eher früher als später wird dann halt der Punkt nachgeholt wenn es da halt keine Korrektur gab in so einer Kerze und dann kriegt man halt relativ schnell in einem von den Folgekerzen eine Bewegung bis genau dahin und warum das so ist keine Ahnung aber es kann man wirklich beobachten das ist Tatsache und dann wird halt einfach das Ganze in einer anderen Kerze dann nachgeholt so trotzdem ich kann mit dem Markt hier nichts anfangen in dieser Form und die Stunde verrät immer noch nicht wie sie schließen will das ist natürlich echt ein bisschen anstrengend das kann natürlich genauso gut sein dass die jetzt hier als Doji endet das wäre natürlich sozusagen ein bisschen die Oberkatastrophe weil das braucht man natürlich am wenigsten weil dann halt für die nächste Stunde auch nochmal alles offen ist also ich bin natürlich ehrlich ich hätte halt hier nach meinem Ansatz hätte ich wahrscheinlich hier so vorhin sofort auch Short gehandelt also diese Linie auch aber dann wären natürlich die Fragen gekommen wo kommt die Linie her, warum ist das da was hat es da mit Aufsicht und deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht weil ich halt schon versuchen möchte hier halt auch Sachen zu zeigen die auch jeder nachvollziehen kann ohne dass man halt jetzt direkt meine ganze Handelsstrategie was die Linien angeht da halt zu Grunde legen muss aber also es tut mir natürlich auch mal so ein bisschen leid wenn halt der Markt so läuft wie er läuft aber ich kann es ja nicht ändern ich kann es ja nicht beeinflussen also sollte jemand hier ein großes Konto haben ja irgendwie so mit ein paar Millionen drauf dann ist da vielleicht mal einer so nett und kann ja mal halt irgendwie so tausend Kontrakte mal irgendwo rein tun damit wir einfach eine Bewegung bekommen Richtung ist egal aber einfach damit Bewegung da ist und so ein bisschen was passiert der Tim Thaler oh, wir haben einen prominenten Gast hier fragt, wie man den Stereo Trader aktualisiert das haben wir gestern im Helpdesk gehabt das geht neuerdings also ich weiß nicht welche Version du hast bei der 2035 da muss man es noch runterladen von der Homepage hier von FX Flat einfach dem Link folgen runterladen installieren dann ist der aktualisiert und ab dann wird das alles ein bisschen einfacher da klickt man halt hier einfach nur aufs Logo und dann hat man halt hier den Installation Manager den einfach ausführen und dann ist es anschließend aktualisiert so, kriegen wir jetzt hier noch einen oder kriegen wir hier nichts mehr Kasse Eröffnung direkt das ist natürlich echt natürlich hier so ein bisschen tricky weil ich handel hier eigentlich auf einen Fake weil hier muss ich ja unter die Supports drunter und eigentlich hier die Stops fischen und dann drauf bauen, dass wir möglichst schnell wieder drüber schließen ich mach sowas eigentlich nicht gerne aber wir haben halt hier einfach als Anlaufpunkt jetzt nochmal okay, da kommt er schon den mal weg den Wibach das ist natürlich einfach eine gern gesehene Anlaufstelle und es könnte sein, dass es hier jetzt ein Fake wird dass wir hier einmal unter die Lows drunter gehen aber dazu muss diese Kerze jetzt hoch und zwar möglichst schnell ansonsten kann man den nämlich eigentlich auch schon grad wieder vergessen weil hier sieht man es halt auch hier im Stundenchart es ist einfach nochmal hier nur an der Eröffnung dran also sieben Sekunden hat das Ding noch und der muss hoch ansonsten weg zwei Sekunden, ich stelle das Ding breakeven so wir haben jetzt halt hier ganz knapp drunter geschlossen und kann sein dass ein Fake war vielleicht aber auch hier die Range die jetzt hier ausgebildet hat ja das ist ja nichts anderes hier an der Stelle vielleicht ist die aber tatsächlich auch einfach gebrochen und wir eiern hier einfach weiter rum ich weiß es wirklich nicht der Markt ist schon ein bisschen speziell so sieht man also wenn jetzt nochmal zurückläuft ganz ehrlich ist mir jetzt egal ich muss das jetzt hier nicht erzwingen irgendwie auch wenn die Idee richtig war aber das ist dann halt echt so ein also für mich für meine Begriffe so ein Markt der ist halt irgendwie ja sehr unentschlossen und also Entry war gut wie man sieht aber trotzdem ich bleib bei sowas nicht drin weil besser ist dann wenn es halt direkt macht weil wenn man hier nicht mal genau guckt und da funktioniert der Dow eigentlich immer ein bisschen besser hier war das Low genau hier ich hoffe man kann das erkennen und dann schließt der DAX da einfach mal drunter und rennt dann doch wieder rein und deswegen wäre es halt auch wenn es jetzt hier wieder nur minimal ist aber für mich wäre wichtig gewesen dass er halt hier deutlich drin schließt am liebsten halt mit einer Kerze mit einer Umkehrkerze und nicht nochmal da runter und drunter schließen und wieder drin schließen das ist nämlich das gleiche Spiel was wir hier oben hatten bei der Value Area schließ drüber rennt doch nochmal runter rennt nochmal hin schließ drüber rennt doch wieder runter und das ist halt irgendwie kein schöner Markt jetzt erstmal kann natürlich sein dass nachher halt hier der der riesen Ausbruch kommt aber jetzt zwischen 9 und 10 ja halt wie man sieht nicht das ist halt für hier 3, 4 Punkte und da hätte es halt immer wieder gereicht aber für alles andere zumindest für meine Begriffe nicht schön zu handeln vielleicht hat ja da jemand halt das super Setup für solche Märkte die super Strategie ich hab sie hierfür nicht weil das ist für mich irgendwie halt ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll aber es halt rumgeeiere einfach hier natürlich hier irgendwo am am Hoch am Value Area High er will da oben raus aber es passiert halt nichts passiert einfach nichts hier diese paar Punkte die wir hier drüber hatten diese das sind ja nur 15 Punkte bis da oben hin das ist ja kein Ausbruch das ist ja halt ein netter Versuch und auch wenn wir jetzt halt hier drunter schließen das war das was ich vorhin gemeint habe wenn wir hier unter 667 schließen in der Stunde jetzt ja also die hat noch 2 Minuten 1,5 Minuten und womöglich auch noch unterhalb hier der Value Area dann kann das noch irgendwie bis keine Ahnung wann so weitergehen und dann kann er sich tatsächlich die nächsten Stunden auch innerhalb von der Stundenkerze hier aufhalten muss nicht so kommen aber wäre dann jetzt auch nicht das erste Mal und wenn warum aus dem einfachen Grund weil wir hier einfach keinen neuen Trend gegenüber gestern etablieren können so das ist halt einfach noch kein Käufer da und da sollte man dann finde ich wenn man hier auf Long sitzt mal abwarten bis mal wirklich halt hier mal richtig was passiert kann ich mal kurz in 5 Minuten auch mal zeigen wie das da aussieht ja das will man ja nicht haben sowas das will man nicht handeln wie dieses geeiere an der Stelle und das hier unten war gut das war eine vernünftige Aufwärtsbewegung aber da kam nichts mehr nach das heißt hier unten hat irgendwo irgendwer oder irgendwas massiv zwar eingekauft aber es eben auch nicht fortgesetzt und da kann es genauso gut sein dass es halt einfach nur Auflösung war von Short Position und nicht jetzt unbedingt halt eine nachhaltige Käuferschaft und da hätte was nachkommen müssen dann hätte er wirklich halt hier weiterlaufen wenigstens mal 3-4 Kerzen in eine Richtung und dann hätte man auch da wesentlich problemloser sagen können so dass das funktioniert und dann hätte ich auch hier solche Geschichten nicht aufgelöst aber das ist halt einfach nichts hier ok also der Jens sagt jetzt gleich um 10.01 Uhr fängt die Party an der ist er ist nämlich der mit den Millionen und der kauft die 1000 Kontrakte gleich ja super ja die Range Händler klar aber das ist ja also gerade noch hier der Jens geschrieben die Range Händler das Problem also mein Problem damit ist die Range ist nicht mal die Range ist sauber also weil wir haben halt hier einmal wenn man halt sagt okay ich gehe oben Long und Short bei so einer Range nicht mal die ist sauber wir haben hier oben einmal halt auch so ein sinnlosen Übertritt da sind wir einmal drüber da drunter und das kann genauso weitergehen das heißt kann hier nochmal ein neues Tief und nochmal ein neues Hoch und läuft immer wieder in die Mitte und da finde ich es halt so ein bisschen schwierig halt jetzt hier auch das Low vernünftig auszuloten und deswegen selbst als Range und da ist es halt auch wirklich das ist wenig also wir haben halt hier wie Punkte sind das denn? dass man halt hier bemisst das sind 21 Punkte das ist halt nix und dafür halt eben auch viel zu wenig los viel zu wenig und was mir halt eben beim Handeln mit einer Range also um das als Range zu handeln nicht gefällt ist dass wir halt hier auch tatsächlich am Top von gestern rumgurken das kann halt jederzeit einfach brutal nach unten wegkippen und wenn da halt nämlich einfach keiner kommt das ganze nachkaufen dann fällt es halt nach unten weg klar der Range ist immer der letzte halt geht daneben aber finde ich halt jetzt an der Stelle halt auch nicht schön was halt echt besser ist als Range und das habe ich halt aber auch schon ein paar Mal mal irgendwie gezeigt das ist wenn man halt einen vernünftigen Außenstab findet das Ding hier zum Beispiel ja der war eigentlich gut aber das Problem was er hier halt gehabt hat also ich zeig das nochmal kurz das Problem was wir hier halt hatten also das war dieser Außenstab ich markiere den mal hier in einen Minuten so und wo ich ja vorhin auch meinte ist plausibel dass wir da nochmal auf den Anfang vom Ausbruch laufen das haben wir auch gemacht nur also wenn sowas in der Form passiert also hier ein Außenstab der ein bisschen größer ist als der ganze Rest und dann halt ein Rücklauf dann darf der Rücklauf nicht so langsam folgen weil dann hält das da unten meistens wirklich nicht wenn der jetzt hier schneller runtergekommen wäre und dann nochmal reagiert dann hätte man da auch eine sauberere Range oder eine Chance auf eine Range halt gehabt sowas sieht man eigentlich relativ oft dass wenn man so einen Ausbruch hat und da geht es relativ schnell nochmal runter dann wird nochmal das Level gekauft und nochmal gekauft aber das hier das ist halt das ist nichts da fragt man sich halt auch was mal ganz doof einfach gesagt was soll das ja ich meine hier wurde irgendwas gekauft aber wo war das Interesse denn danach also da hat irgendjemand zugeschlagen hier an dem Punkt und das Ding 15 Punkte nach oben gehoben und dann nichts mehr hier kein Interesse mehr einfach weg ja und deswegen das sieht halt auch wie irgendwie für mich sieht es aus nach Positionsauflösung genau wie hier unten und nichts sonst also aber nicht dass da jetzt irgendwie irgendjemand großartig kauft oder verkauft sieht es für mich aus so wie Desinteresse an dem Markt und genau so läuft der halt auch leider und deswegen auch nicht unbedingt jetzt hier notwendig jetzt hier noch daran festzuhalten solange nicht irgendwie hier tatsächlich was Vernünftiges kommt vielleicht ist es wirklich so dass 5 nach 10 das dann halt hier dass es dann losgeht und dann hier diese der Verein der hier zugeschlagen hat dann sagt so jetzt gehen wir groß shoppen das kann natürlich sein aber ich sehe halt noch nichts davon okay also war dann heute ein sagenhaftes Plus von 0,5 Punkten aber es ist okay man kann den Markt nicht zwingen das zu tun was man gerne möchte und wenn man da mit Disziplin rangeht was mir zugegebenermaßen auch nicht immer gelingt aber wenn man das diszipliniert macht und dann sollte sollte man dann oder ich müsste sagen hier zumindest nach meinem Ansatz das macht keinen Sinn ich lasse das jetzt erstmal bis solange da nichts Vernünftiges da ist das macht keinen Sinn und auch wenn ich den hier unten das hatte ich ja vorhin auch gesagt auch verpasst habe aber auch das macht für mich irgendwie das ergibt keinen Sinn es ist genau das bestätigt eigentlich ja das was ich gerade gesagt habe das sieht nach Positionsauflösungen auf aus nicht mehr nicht weniger und als hätte hier jemand gesagt boah ich gehe lieber mal raus aus dem Short bevor gleich Käufer kommen aber das sieht wie so eine Vorsichtsauflösung aus genau wie das hier halt auch alles und deswegen lasse ich das jetzt erstmal also schön dass ihr trotzdem dabei wart und hier die Geduld hattet und auch wirklich sehr zahlreich hier bis zum Schluss dabei geblieben seid nächstes mal vielleicht nochmal ein paar Punkte mehr und aber ist wie es ist nicht ärgern einfach dranbleiben und immer weitermachen und dann funktioniert das ganze auch also ich hoffe trotzdem ich konnte hier ein bisschen was zeigen womit man was anfangen kann und wünsche euch natürlich heute und bis natürlich auch zum nächsten Mal ich weiß gar nicht wann haben wir eigentlich das nächste Webinar ähm Gute Frage schaue ich direkt mal nach nichtsdestotrotz kann ich aber schon mal sagen dass das trotzdem nach deinen Worten jetzt heute ein super Webinar war weil du eben genau diese Geduld und Disziplin gezeigt hast und nicht einfach irgendwie willkürlich irgendwas getradet hast insofern ein sehr schönes Webinar danke dafür das sagen auch die Teilnehmer hier im Chat und das nächste Webinar na ich dachte ich bin schneller ich mach ein ja ich dachte ich hab das jetzt so weil er gerade gefragt wurde 6. November 6. November ok das ist ja schon bald ja ein bisschen hin also in drei Wochen dann eigentlich in drei Wochen haben wir das ja ungefähr genau ja und ansonsten gibt es ja immer wieder andere Webinare in der gleichen Woche haben wir natürlich dann auch dann nochmal das das NFP Webinar und von daher einfach dranbleiben beziehungsweise im Kalender folgen und es gibt immer mal wieder irgendwas dazwischen und meine Kollegen machen es ja auch regelmäßig hier Thorsten Helbig oder Heiko Beeren Olli Klemm und so weiter und so fort und von daher vielleicht haben die da ein bisschen mehr Erfolg beziehungsweise Glück das ist ja an der Stelle mit dem Markt das sich halt zumindest mal ein bisschen bewegt aber wie dem auch sei kurze Rede langer Sinn ich wünsche euch noch einen schönen Tag viel Sonne passt auf eure Position auf und bis zum nächsten Mal ich freue mich und danke natürlich an Nelson und FX Flat hier für die Veranstaltung für das Webinar heute bis dann tschüss also das mit dem Position aufpassen ist mein Spruch den kannst du mir nicht klar stimmt Copyright nee danke dir Dirk danke an die Teilnehmer die Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online sollte heute klappen und natürlich das die Aufzeichnung von gestern also schönen Tag noch passen sie auf ihre Position auf und bis zum nächsten mal tschüss zusammen tschau Bis zum nächsten Mal.